Alles nach Plan, sagt Russlands Präsident Wladimir Putin über den Krieg in der Ukraine. Währenddessen spitzt sich die Lage in der Hafenstadt Mariupol immer weiter zu. Schlechte Datenlage. ExpertInnen kritisieren, dass es zu Long-Covid-Erkrankungen in Österreich viel zu wenig Zahlen gibt. Ich spreche darüber mit dem Neurologen Michael Stingel. Und hohe Preise. Deutschland erlebt gerade die höchste Inflation seit der Wiedervereinigung. Die Kosten für Heizöl sind in Deutschland um 144 Prozent gestiegen. Der gestrige Besuch von Bundeskanzler Nehammer beim russischen Präsidenten Putin hat ganz offensichtlich keine Ergebnisse gebracht. Einen schönen Abend. Ich begrüße Sie zur ZIP-Nacht. US-Präsident Joe Biden spricht mit Blick auf die Ukraine heute zum ersten Mal von Völkermord. Wladimir Putin will den Krieg in der Ukraine fortsetzen. Heute sagt er, die militärische Spezialoperation werde weitergehen, bis Russlands Ziele in der Ukraine erreicht sind. In der Ukraine führt er einen grausamen Angriffskrieg. Doch Wladimir Putin ist Machthaber eines Landes mit elf Zeitzonen. Mit seinem weißrussischen Amtskollegen Lukaschenko reist er in den fernen Osten, an den russischen Weltraumbahnhof Vostoczny. Putin geht seinem Terminkalender nach, fast so als ob nichts wäre. Seine Botschaft, alles laufe nach Plan. Was in der Ukraine passiert, ist zweifellos eine Tragödie. Aber wir hatten keine Wahl. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sie uns angegriffen hätten. Dass Russland keine andere Wahl hatte, dem widersprechen unter anderem Millionen UkrainerInnen. Nach dem Abzug russischer Truppen rund um Kiew intensiviert Putin nun seine Offensive im Osten des Landes. Die Hafenstadt Mariupol steht offenbar kurz vor der Einnahme durch die russische Armee. Ukrainische Kämpfer behaupten, pro-russische Separatisten hätten hier chemische Waffen eingesetzt. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es nicht. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky wirft heute den russischen Truppen Kriegsverbrechen. wie Vergewaltigungen und Folter vor. Allein im Kiewer Vorort Butscher wurden seit Abzug der russischen Truppen bislang 403 Leichen gefunden. Die dunkelsten Stunden im Ukraine-Krieg stehen möglicherweise noch bevor. Und damit kommen wir nach Österreich und zur Corona-Pandemie. Das nationale Impfgremium hat heute eine Empfehlung für den vierten Stich ausgegeben. Die gilt vorerst aber nur für Risikogruppen. Darunter fallen alle Personen über 80 sowie über 65-Jährige mit Vorerkrankungen. Was in der Diskussion rund um Impfen und Corona laut Fachleuten zu kurz kommt, ist Long-Covid. Die sozialen und medizinischen Folgen der Erkrankung könne man kaum abschätzen, so die Kritik von Arbeiterkammer und der österreichischen Gesundheitskasse. Der Grund dafür sei die schlechte Datenlage. Vergleichbare Daten zu Long-Covid lassen weiter auf sich warten. Unter anderem, weil die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte die Diagnosen nicht in die elektronische Gesundheitsakte ELGA eintragen müssten, so die Kritik. Und selbst wenn die Daten erhoben werden, seien diese schwer nutzbar. Denn sie seien nicht in den epidemiologischen Datenbanken miteinander verknüpft. Dabei würden davon vor allem die Patientinnen und Patienten profitieren, so der Mediziner. Überall werden Daten erhoben und gesammelt. Und wenn die nicht verknüpft werden, sind sie ja relativ wertlos. Sie sehen jemanden in der Klinik, sie entlassen ihn, sie wissen gar nicht, was aus ihm wird. Und dann können wir auch nichts lernen natürlich, was den Bereich angeht. Es geht darum, Hürden abzubauen, damit man sie miteinander verbinden kann, um dann nachher anonym, sodass niemand Rückschlüsse draufziehen kann, wer diese Person ist natürlich, aber auswerten kann und schauen kann, welche Therapie ist jetzt hier die beste. Mögliche Daten gäbe es jedenfalls genug. Allein in den vergangenen zwölf Monaten sind 46.000 Krankenstände bei der österreichischen Gesundheitskasse wegen Long-Covid eingemeldet worden. In unserem Interviewstudio begrüße ich dazu jetzt den Neurologen Michael Stingel. Einen schönen guten Abend. Herr Dr. Stingel, Sie sind spezialisiert auf Long-Covid. Wo sehen Sie denn die größten Versäumnisse im Umgang mit dieser Krankheit? Naja, ein großes Versäumnis ist klarerweise, dass wir nicht einmal wissen, wie viele Leute es betrifft. Das war ja auch im Prinzip der Inhalt der Forderung heute, dass wir endlich nach zwei Jahren Pandemie uns aus dieser Schockstarre lösen sollten, dass es Long-Covid gibt und wirklich beginnen sollten, mal zu schauen, wie viele Leute anhaltende Probleme haben nach einer Corona-Infektion. Wir arbeiten momentan komplett ins Dunkel hinein und natürlich, wenn man nicht genau weiß, wie viele Leute es betrifft, tut man sich halt auch schwer, entsprechend sich zu überlegen, wie eine Versorgung ausschauen sollte. Und natürlich ist auch momentan ein riesengroßes Problem, dass viele der Leute, die es betrifft, auch durch die sozialen Netze fallen, weil sie einfach nicht adäquat abgesichert werden. Wovon sprechen wir denn überhaupt, wenn wir über Long-Covid reden? Also was sind genau die Symptome? Wie wird das abgegrenzt? Das ist eine sehr gute Frage. Es ist auch da, und das ist jetzt nicht nur ein Versäumnis in Österreich, sondern generell, dass wir nach zwei Jahren noch immer rumrätseln, was Long-Covid eigentlich ist, wo sehr viel in einen Topf geworfen wird, Folgeerkrankungen, die Corona hat, die erwartbar sind, wie eben Einschränkungen nach schwerer Lungenerkrankung, nach Intensivaufenthalt und auch Dinge, die überraschend kommen, wie die Tatsache, dass viele junge Leute einfach von basalsten Alltagsaktivitäten schon überfordert sind. Es ist insofern nicht wirklich überraschend, weil es das chronische Erschöpfungssyndrom ME-CFS schon lange gibt. Das wurde halt über die Jahre irgendwie ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Hätte man sich damit mehr befasst, wäre es jetzt nicht so eine große Überraschung gewesen. Es ist sicher auch eine Frage der korrekten Definition. Ich persönlich würde Long-Covid als das bezeichnen, was diesem klinischen Bild von ME-CFS ähnelt, wo eben sehr banale Dinge des Alltags schon zu viel sein können. Aber das heißt, was sind jetzt ganz konkret die Forderungen? Also was braucht es, damit es vor allem den Betroffenen besser geht? Wir brauchen eine gute Definition. Das ist sicher nicht Sache allein in Österreich. Wir brauchen Zahlen, damit man ungefähr erheben kann, wie groß der Bedarf ist. Wir brauchen endlich ein systematisches Vorgehen, das über die ganz gute ÖGAM-Leitlinie, die es gibt für die Allgemeine Medizin hinausgeht. Und wir brauchen auch ein ganz klares Bekenntnis, dass man sich, solange diese Leute rekonvaleszent sind, solange sie brauchen, bis sie wieder an den Arbeitsplatz zurückkehren können, dass es auch eine soziale Absicherung gibt. Sie haben jetzt den Arbeitsmarkt schon angesprochen. Wir haben es ja im Beitrag schon gehört, über 46.000 Krankenstände sind da schon gemeldet worden. Aber mit dem ist es ja meist noch nicht erledigt. Also welche Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt können Sie denn jetzt schon beobachten? Ich kann es Ihnen nur sagen aus meiner Ordination, ich sehe sehr viele Leute, die nicht im Krankenstand sind, weil sie arbeiten, weil sie halt die letzte Kraft, die sie haben, so quasi in die Arbeit investieren, die das durchdrücken können, weil sie im Homeoffice sich die Pausen besser einteilen können, weil sie Stunden reduziert haben und weil sie halt jegliche Freizeit dann opfern, um sich zu erholen von den oft reduzierten Arbeitsstunden. Ich glaube, was auch ein Punkt ist, wenn man sich überlegt, dass von diesen dreieinhalb Millionen circa Infektionen in Österreich zwei Millionen in diesem Jahr alleine passiert sind, was da möglicherweise noch auf uns zukommt, auch wenn die Impfung hoffentlich das Risiko für Long-Covid reduzieren sollte. Besteht denn aus Ihrer Sicht die Gefahr, dass eine ganze Generation an Menschen mit Folgeerkrankungen aus dieser Situation herausgehen könnte? Ich glaube, das kann man jetzt noch nicht wirklich sagen. Ich kann nur sagen, ich kenne Leute in exakt gleicher Situation wie mit ME-CFS seit Jahren, teilweise seit Jahrzehnten komplett aus ihrem Leben rausgerissen wurden. Und nachdem sehr viel von dem, was man als Long-Covid bezeichnet, diesem ME-CFS ähnelt, ist natürlich anhand der höheren Infektionszahlen irgendwie zu befürchten, dass es ein Problem werden wird. Aber das heißt, wie könnte denn der Arbeitsmarkt, wie können Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen jetzt schon darauf reagieren, um die Situation im Endeffekt für alle Beteiligten besser zu machen? Es ist in meiner Erfahrung für viele Leute sehr gut, diese Tatsache, dass es eine Wiedereingliederungsteilzeit gibt, dass man mal mit reduzierten Stunden zurückkehren kann. Aber natürlich ist es nicht in jedem Job möglich. Es ist nicht in jedem Job möglich, Homeoffice zu machen. Und es braucht einfach in sehr vielen Fällen Verständnis auch von Seiten der Arbeitgeber, um das überhaupt zu ermöglichen, dass man wieder zurückkommen kann. Sie haben schon angesprochen, dass Long-Covid ja vor allem auch jüngere Menschen betrifft. Wie schaut es denn aus mit Kindern? Es kommt sicher auch bei Kindern vor, bei ganz jungen Kindern sicher wesentlich seltener als bei Erwachsenen. Aber es kommt vor, ab dem Jugendalter, so 14, 15, habe ich auch schon relativ viele Fälle gesehen. Und auch, was man so hört von Kolleginnen und Kollegen, ist es nicht selten. Also das passt auch wieder mit ME-CFS zusammen, wo der erste Altersgipfel um die 15, 16 Jahre ist. Es betrifft genauso junge Leute. Herr Dr. Stingl, vielen Dank für das Gespräch. Danke schön. Einen schönen Abend noch. Danke. Und damit wechseln wir das Thema. Das tägliche Leben wird teurer, das merken wir alle. In Deutschland sind die Preise so stark gestiegen, wie seit über 40 Jahren nicht mehr. Mit einer Inflation von 7,3 Prozent hat das Nachbarland den höchsten Teuerungswert seit der Wiedervereinigung erreicht. Das Leben in Deutschland wird teurer. Und das zeigt sich nicht nur an der Tankstelle. Benzin und Diesel sind inzwischen 50 Prozent teurer als im Vorjahr. Die Kosten für Heizöl sind sogar um 144 Prozent gestiegen. Und auch für Lebensmittel müssen die Deutschen inzwischen 6 Prozent mehr zahlen als noch im März des Vorjahres. Gemüse ist um 15 Prozent teurer geworden, einige Speiseölsorten sogar um 30 Prozent. Die Deutschen erleben die höchste Inflation seit mehr als 40 Jahren. Ein Problem vor allem für die ärmere Bevölkerung, warnen Ökonomen. Das große Problem ist ja, dass Inflation wie eine Steuer wirkt, aber eben sehr ungleich die Menschen trifft. Weil diejenigen Menschen, die vergleichsweise alles Geld für den täglichen Konsum ausgeben müssen, die werden von dieser Inflationssteuer ganz besonders getroffen. Und viel billiger wird es wohl so schnell nicht werden. Für heuer rechnen deutsche Ökonomen mit einer durchschnittlichen Teuerungsrate von mehr als 6 Prozent. In Südafrika haben starke Regenfälle mehrere Schlammlawinen verursacht, mehrere Verkehrswege sind überschwemmt, Häuser und Brücken sind eingestürzt. Laut Medienberichten dürfte es fast 60 Todesopfer geben. Erschwert wird die Situation durch Stromausfälle und veraltete Infrastruktur, die die Wassermassen nicht mehr aufnehmen kann. Das Unwetter trifft die Bewohner hart. Ich habe nichts mehr, wo ich hingehen kann. Ich weiß nicht, wo wir jetzt schlafen sollen, sagt dieser Mann. Befürchtet werden Schäden in Millionenhöhe. Eine positive Nachricht gibt es heute vom Frauenfußball. Das österreichische Nationalteam hat in der WM-Qualifikation 8 zu 0 gegen Lettland gewonnen. Damit ist fix, dass die Österreicherinnen im Playoff um ein WM-Ticket sind. Und damit kommen wir zum Wetter, das zumindest vorerst frühlingshaft bleibt. Morgen gibt es viel Sonne in der Osthälfte Österreichs. Etwas dichtere Wolken ziehen im Westen durch. Mit phönigem Südwind wird es teilweise sehr warm, mit Höchsttemperaturen von bis zu 25 Grad. Pünktlich zu Ostern geht die Temperatur dann doch zurück. Nach etwas Regen am Karfreitag zeigt sich am Ostersonntag aber wieder länger die Sonne. Damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Das war die letzte Zipp des Tages. Wir wünschen eine angenehme Nacht.